Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von... wie nenne ich den... ich nenne es einfach mal... ...Magic... Genau... Magic... Irgendein toller Name... vielleicht fällt mir noch ein toller Name ein... muss ich mal gucken... Irgendwas mit Magic... Magic... Denn... I will be... I wanna be a Whiteheart Harry... Hm... kommt nicht ran... Es ist ganz schön dunkel hier, der Baum muss eigentlich weg... War das einfach zu viel? So, was wollt ihr denn da? So, wir wollten einen Eimer basteln... ...und wir brauchen... glaube ich ein paar mehr Chests... So... Sehen wir die ruhig schon mal hier oder das kann eigentlich nicht weg... Danke... ...muss die Switch... Oh... ich weiß wie überhaupt es weiblich war... genau... Ich hab sie hier nicht gesehen... ich bin hier nur einfach raufgewacht im Wald... Und da war das dann... Machen wir mal so... Ich stoppe aber trotzdem erstmal alles hier rein oder... Oder... vielleicht auch nicht... Machen wir hier mal so... ... ganzen... ...natürlichen Sachen hier so... ... ganzen Seeds und... ... Saplings... ... genau... ist das hier... ... Mana Bean... Oh... ja... ... auch da reinpacken... ... Essen... ... na... ... das vielleicht nicht... ... dann kommen hier so... ... Erze... ... und Holz... ... Stein... ... und da können so Mob-Dob-Sachen rein oder so... ... und dann geht das auch da... ... und die Sachen vielleicht auch... ... und es wird schon wieder dunkel... ... und ich hab immer noch kein Haus gebaut... ... oh nein... ... ähm... ... ähm... ... ähm... ... ähm... ... ähm... ... ähm... ... muss man schnell ein Haus bauen... ... Puh, wie groß machen wir das denn? Ich weiß es nicht... ... ich kann nicht gleich zwei groß machen... ... bleibt weg... ... ich hab euch doch nichts getan... ... hm... ... hm... ... oh oh... ... kommt direkt auf mich zu... ... oh... ... er kommt immer näher... ... ich übertreib's wahrscheinlich grad schon mit meinem ersten Haus... ... aber egal... ... ein bisschen... ... ach... ... es war ein zu weit... ... hm... ... das war schon mit dem Holz... ... brauchen wir mehr Holz... ... ich höre was... ... höre was... ... ob das aus der Musik ist... ... oder nicht... ... ist also ein echtes... ... das Klitschen... ... hier ist auch ein neues... ... das Licht... ... das... ... jetzt haben wir wieder... ... oh hier ist wer... ... Guten Tag... ... Nummer zwei... ... ... ach... ... 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 Auf jeden Fall, dass es gute Feen und böse Feen gibt. Ich hoffe mal, die ist gut. Und ich weiß, dass diese hier Sachen aufsammeln, die man denen droppt, die man sich hier... Da können wir mal zurück... Hallo, 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 hallo? Hallo Sir? Sir, ich will ihnen nichts tun hier. Ich gebe nämlich Sachen auf. Ein bisschen Holz. Hot Zombie Brains. Irgendwann geben die einem dann Sachen. Hier, vielleicht ein Pilz oder... Essenz. Wir bauen Kohle für Sie. Kommen, kommen Sie bitte her. Reicht hier nicht. Hm. Naja, vielleicht kommt er nochmal wieder. Äh, was ist denn hier so die Mitte? Hier so ungefähr. Beiden. Ich habe diesmal keine Mitte. Ich habe Scheiße gebaut. Normalerweise habe ich immer eine Mitte. Hm. Nicht doof, was egal, mache ich jetzt so. Und dann, äh, muss ich mal eine kleine Tür craften. Ups, falsches Ding. So, Tür, 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 Tür. Das haben wir auch mit. Hot Couture. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach, egal. Oh, Hallöchen. Oh, was ist das? Was ist mit deiner Armor gefächs droppen, wenn du schonmal hier vorbeikommst? Nicht so schweiß Zombie Brains. Plapleid immer. Weil die Tür nicht immer vergisst zu schließen. So. Weil man keinen Bock hat. Guten Tag. Der Glowstone Armor? Oh. What the fuck? Wie kommt denn da grad auf mich zu? Bin ich da? Oh, jetzt werden die ganze Zeit die Tür klopfen, oder? Ah. Also, klar. Es ist niemand zu Hause. Gehen sie weg. Gehen sie weg. Bitte, Sir. Bitte. Ich habe Familie, Frau und Kinder. Und kein Holz mehr. Nein. Ich habe den Boden. Ich habe den Boden. Ich habe keinen Bock hier. Ich kann es den Boden weg zu hauen. Ah. Ah. Hat sich schon eine Augen gestopft. Oh, warte. Das ist Natur-Buch. Ein bisschen Holz hier. tja was machen wir denn jetzt dann nehmen wir denn jetzt aus dass der so nehmen wir es nicht von mozart schon von den anderen Locken hallo lassen die doch mal die Tür oh, erleuchtet auch so schön nicht explodieren, nicht explodieren so, da ist er hinten geht weg von meiner Tür bleibt weg von der Tür er sammelt die ganzen Sachen auf, das ist nicht gut jetzt sind meine ganzen Sachen geklaut, genau ist er schon wieder hin ach, er hat ein dickes Schwert kaum und er kriegt noch 1 Damage oh oh ich will wieder nach Hause ich will wieder nach Hause ich will wieder nach Hause ne, töt' ich noch dann traut mir der Typ wieder hin und meine ganzen Gegenstände dann droppen hier nicht mal was, wir droppen hier nicht ein Schwert, oder? hm, erstmal was essen erstmal was mampfen und jetzt? oh, da ist ein Creeper mit nem hat hallo bin getroffen, ja ha come at me bro bin gecrittet da ist getroppt geh weg alles meins, mein Loot und mit irgendwie EP gemacht so, falls ihr euch wundert, warum ich mit so viel EP gestartet bin ich hab hier schon mal gespielt um mir ein bisschen was anzugucken das sollte ich vielleicht noch erwähnen das sollte ich vielleicht noch erwähnen wollte dann aber natürlich von neu anfangen weil das wäre ja langweilig gewesen, wenn ich schon alles hätte das heißt alles, ich hatte jetzt nicht wirklich wie ein bisschen in Witchery angefangen und das werden wir denke ich auch tun, weil in Witchery braucht man auf jeden Fall ein paar Pflänzchen wir werden uns ja eh gleich unsere Farm ich weiß nicht, hier machen die Farm so außen eigentlich kann ich auch anders machen ah gut, da so aber da von hier aus kann ich den Baum gut fällen wenn der Typ nicht kommt, sonst klaut der mir gleich wieder mein ganzes Holz Kakaobohnen, oder? Ne, das ist ein magischer Bohnen und Bertie Botts Bohnen Bertie Botts Bottich voll Bohnen Was ist das gerade für ein Klavier-Spiellied? Ich glaube ich überspringen das mal, das macht euch bestimmt so traurig, oder? So Give me some wood, give, give Äh, müssen wir hier erstmal unser Haus fertigstellen, jetzt fix Na, ich hab den Sprung noch hier drauf geschafft, da so 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 was Na, vielleicht reicht's nicht, wenn ich noch ein Dach draufklatschen will, ne? Ist ja doch ganz schön groß geworden Das reicht sogar sehr wahrscheinlich nicht für ein Dach So So Was ich mit dir, du Baum? Er ist so groß That's what she said Wir sind da auch so verwachsen hier überall Sind da auch so verwachsen hier überall Sind da drin noch so kleine Äste Äste Bahnen Hm Da ist auch noch irgendwo was Und da Und da Und da Nachkommen wir, dann machen wir das da oben Noch wenigstens zu Ende Vielleicht bringen wir dann wenigstens einen Baum zu Ende, vielleicht auch nicht Der hört gar nicht mehr auf So Oh Gott Aaaaah, ok Dann halt nicht So Reipfelchen Saplings Und mehr Holz Und wir brauchen auch Saplings überall Nette Saplings überall Mit einem strahlenden Gesichtern So So Zack, 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 zack. Und im Nuo ist das Dach schon der... nicht das hübscheste Dach, aber ein funktionales Dach. Oh ne, hier geht's sogar, wenn man im Haus gar keine Blätter drückt macht. So. Wenn ihr natürlich nur den spannenden Teil sehen wollt, kann ich ja nicht davon aufhalten, natürlich zu spulen, könnt ihr ja gerne machen, wenn ihr wollt. So. Wie gesagt, wir werden auch bald loslegen, spätestens nächste Folge wahrscheinlich, den Grundlagen zu Witchery anzufangen. So. Oh. Ich muss nicht schnell ausleuchten hier. Zack, 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 da können wir jetzt noch. Dann gehen wir so, dann gehen wir so. So. So, dann könnt ihr glaube ich F7 drücken, na, dann sieht man nämlich noch, dass ich die Sachen hier rein holen sollte. Dann möchte ich das gleich kurz, mach es auch gleich wieder aus, weil es sieht ganz schön kacke aus, aber ich wollte mir noch ein paar Fackeln bauen. So, das heißt nämlich, der zeigt an, wo noch Mobs spawnen können. Kann ich so wieder ausstellen. Ist aber ganz gut, wenn ihr halt wissen wollt, dass hier zum Beispiel keiner spawnen soll. Was geht denn hier? Hier geht einfach eine Musik. Because I have a rock. This rock is cooking. Brains, zack zack. Ist eingesammelt hier? Das hat hier. Noch Holz. Ops, hab ich da rein gepackt den Ofen. Noch Sticks. So. ach machen wir hier so trägt das eigentlich noch mit mir rum das kann irgendwie hier rein so und dann fangen wir jetzt nämlich mal hier mit an sortieren drücken das hier mal sortieren dann könnt ihr halt so nach unten sortieren oder nach rechts das hatte man abstand weil jetzt ich vielleicht nicht mehrere von einem haben die auch nur einstellen ansonsten so aneinander ähm ich brauche nur mal alles mit was man so anpflanzen kann ich weiß was das ist aber damit auch anfangen kann machen wir erstmal nicht ach ich weiß auch nicht ich hab doch das eisen für einen bestimmten grund geholt warum erinnert ihr mich denn nicht dran und warum erinnert ihr mich auch nicht dran dass wir uns erstmal wieder für diesen part verabschieden ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge wenn wir mit dem farm loslegen und dann wahrscheinlich auch schon den grundlagen zu entschuldigen ich bedanke mich nochmal fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge ciao ciao